So, mega schön. Gernitz, findest du das sehr schön? Ich bin schon mal bereit, angefühlt, um zu klettern. Weil ich und alle gehen heute klettern. Und ich hoffe, dass es kommt gut. Okay, du Präsid! C'est bon! Yeah! Danke fürs Kochen. Das war mega aufwendig. Jetzt machen wir es mal weg, um zu klettern in Franzburg. Und ähm... Ja, ich bin gespannt. Ich würde sagen, dass ich ready bin, aber ich bin gespannt. Oh oh! Ich bin ein wenig anstrengend. Ich dachte, dass es so anstrengend ist. Ich bin wirklich anstrengend. Ich bin wirklich anstrengend. Er ist weiss zu halten. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt kommen wir weiter. Ja, jetzt hast du ein Problem. Bravo! Ja! Ja! Komm doch nicht mehr runter. Komm doch nicht mehr runter. Ja. Komm doch nicht mehr runter. 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 Wenn du dich fühlst, wie ich fühle. Komm doch. Komm doch nicht mehr runter. Oh! Gut, sehr schön, linken Fuss, den rechten Fuss schon einmal, gut. Hopp! Igouts meint den meisten, habe ich's gut gemacht? Ja, das erste Mal haben's auch gut gemacht. Subway! Tschüss! Ich bin mega, mega müde. Es macht ein mega, mega fett, das Klettern. Ich habe mich geschminkt. Heute ist ja Zestag und am Zestag ist wie immer das Zestagatelier, wie man schon sagt. Und ich kann euch noch erinnern, letztes Mal habe ich so voll verkackt mit dem Luna Schal. Weil irgendwie ist es ja nicht gegangen, für auf eine Schal zu tun. Und dann habe ich viel zu lange gewartet, mit Auswaschen und dann ist die Farbe nicht mehr ausgegangen. Und ich hoffe es funktioniert heute. Ich muss immer noch einmal das Sieb neu beschichten und beleuchten, weil das alte ja nicht geht. Da kannst du nicht ausputzen, es ist so verklebt hier drin in einem Sieb. Es ist mega warm an der Sonne da draußen. Es ist voll cool. Ich bin voll kaputt von dem Klettern am Morgen. Es war wohl etwas Neues. Ich brauche immer mega Überwindung, wenn ich etwas Neues weggehe. Oder etwas Neues wegschauen. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, schlussendlich ist alles ok. Ich brauche immer so viel Überwindung, etwas Neues zu machen. Das ist so schlimm. Hallo. 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 Weißt du, wie das heisst? Nein, wie heisst das? Grunzgrunz. Grunzgrunz? Ja. Das ist ein Schweinli. Ja. Oh. Tschüss. 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 Ich habe mein Atelier. Es ist mega viel los. Es ist Infotag heute. Ich habe eine Lösung gefunden für mein Zeitdruckproblem. Ich habe jetzt das alte Sieb entschichtet und dann ein neues Sieb genommen und eine neue Raster gemacht vom Lunadruck. Vom Lunaraster. Und jetzt hoffentlich geht es. Also das nächste Mal muss ich es beschichten und beleuchten, ob wir uns verdrecken gehen. Ich habe die Arsch, das ist so komisch. Jetzt ist eh bald Tag zu Ende. Jetzt muss ich etwas essen und die Luna streicheln. Nom 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 nom. Nom 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 nom. You should be stronger than me. Me. But you stay. Ich habe ein wenig Abstand, damit es mir besser sieht. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Du und dann. Du und dann. Du und dann. Du und dann.